Norddeutscher Rundfunk 2015 Wenn er da schnell die Kammererung drauf macht, auflaufen, dann machst du den Schub rein, dann krägst du ihn. Und dann stellst du ihn und dann gehst du ihn. Und dann gehst du ihn. Das ist ja auch ein Zeug. Ja, das ist ja auch ein Zeug. Ja, das ist ja auch ein Zeug. Einst du da, wie das war. Lass dich auch mit Laufen gehen. Die Steckersteck. Ja, über den Baller. Ja, genau. Hier, hier. Na, die steht einfach. Ja, das ist ja nur ein Zeug. Ja, das ist ja auch. Ich hab' ja auch. Ja ich hab' ja auch. Ja, das ist ja auch gearbeitet. Ja, das ist ja auch mal da. Da wird und da geht' ja auch wieder. Ich hab' ja auch schon jetzt die Entfernung. Ja, das ist ja auch schon heute. Ja, das ist ja nicht komplett. So weit. Große Rettungsaktion jetzt hier, Blau am See. Jetzt wird es auch noch Wind hier ein bisschen. Das Modell treibt ab. Hinter uns wird schon der nächste fertig gemacht zum Flug, Abflug bereit. Große Piper, Verbrenner. So, Maschine ist geborgen. So weit. So weit. Kannst du sehen, Gerd? Ja. So weit. So weit. So weit. So weit. So weit. So weit.